Du hast dich an eine Freundin von mir angst. Ich bin von dir sowas von enttäuscht. Ich hab dich von Tag 1... Lass mich doch das... Christian, hör auf. Hey. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Ex on the Beach Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu Folge 17. Weiter geht's hier wieder mit einem Rauswurf. Dieses Mal fliegen sogar direkt zwei Personen. Also bin ich sehr gespannt, wen es da treffen wird. Ansonsten gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Und die ganze Folge gibt's natürlich bei RTL Plus. Ist unten verlinkt. Und damit, let's go. Bisher einfach den besten Draht zu ihr hatte. Also, ich lieb euch alle. Aber ich wähle Juliette. Kannst du lauter reden? Was war das denn? Sowas kommt dann auch immer so rüber, als würde man die Person so fronten wollen. Zum Beispiel, wenn man schon die Vermutung hat, man wird gleich gewählt. Oder wer hat das jetzt gerufen? Okay, sie hat Juliette genommen, dass sie drin bleibt. Juliette hier drin zu lassen, um das herauszufinden, was bei denen noch sein kann, sein wird. Deswegen will ich auch, dass Juliette in der Villa bleibt. Danke dir. Weil du ja gemeint hast, du willst wirklich mit Fabi nochmal probieren, weißt du? Gerade hab ich so überlegt, so, ach ja, Fabi, stimmt, den gab's ja auch mal bei X on the Beach. Wollten die das nochmal probieren? Das weiß ich aber gar nicht mehr. Also generell, wie so der Stand bei denen war. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wann ist Fabi hier rausgeflogen? Das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Weil das ist schon ein paar Folgen her. Und ja, X on the Beach hat halt auch so viele Folgen. Deswegen, also das ist schon ewig hergefühlt. Ja, ich weiß, du kannst mir jetzt böse nehmen, aber Juliette kam erst vor zwei, drei Tagen rein, weißt du? Deswegen sag ich, dass Juliette in der Villa bleibt. Alessa ist raus und bleiben darf nur eine. Bitte sag Juni. Für mich ist es halt am sinnvollsten, gerade halt mit Juliette hier drin zu bleiben. Ja, da bin ich aber auch mal echt gespannt. Also Barkin und Juliette, jetzt haben wir ja auch schon gehört, dass da vielleicht ja bei denen auch nochmal mehr gehen könnte. Also war mir irgendwie eh klar, aber Juliette hat das ja bis jetzt immer ziemlich krass ausgeschlossen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es dabei bleibt oder wahrscheinlich eher nicht. Ich würde gerne wollen, dass Alessa hier drin bleibt. In drei, zwei und fünf. Juliette bleibt. Ja, also ich muss sagen, Alessa war halt jetzt zum Ende hin einfach nur noch dieses Drama so, was man mitbekommen hat. Ja, hätte man sich vielleicht nochmal ein bisschen weiter anschauen können, muss man aber auch nicht unbedingt. Von Janine gab es eh nicht wirklich viel. Also jetzt vor allem in den letzten Folgen nicht mehr. Und deswegen hätte ich auch gesagt, bei Juliette macht es glaube ich am meisten Sinn, wenn die drin bleibt. Was ist das für eine Begründung, ja? Du bist jetzt schon länger hier. Ich bin von dir sowas von enttäuscht. Ich habe dich von Tag 1 immer supportet. Ja gut, er meint ja eigentlich das mit Fabi. Also er meint jetzt nicht, die ist schon seit Tag 1 hier und deswegen soll es dir jetzt gehen. Sondern er hatte ja den Grund mit Fabi. Du hast mir so hart ein Messer in den Rücken gerammt. War das gut? Christian, hör auf. Ey. Oh Mann, ey. Ihr könnt ja einfach mal kommentieren, wen hättet ihr denn rausgewählt? Oder generell, das ist eigentlich mal eine geile Idee. Wen wollte ich hier nicht mehr länger sehen? Da bin ich mal gespannt. Ansonsten, Alessa, die freut sich bestimmt schon auf Paddy, oder? Das ist so ein bisschen komisch, weil ich mir denke so, krass, wir verstehen uns wieder voll gut. Das einzigste Problem, was wir auch damals schon hatten, dass du einfach gar nicht über deine Rücken reden kannst. 0,000000 Prozent. Ja, natürlich, wenn ich das könnte, wäre es halt bestimmt einfacher, auch miteinander klar zu kommen. Ja, aber das ist trotzdem, muss man sagen, schon irgendwie, ja, krass, nicht unerwartet, aber Juliette wirkt jetzt gar nicht mehr so abgeneigt. Also wenn wir da zurückdenken, als ich hier ankam, da sah das ja noch ganz anders aus. Guck mal, ich kann jetzt voll schön alles schön reden. Nee, das will ich auch nicht. Genau das will ich eben auch nicht, dass du mir das schön reinkommst. Ich möchte einfach klipp und klar, dass du mir sagst, wie du dich fühlst, einfach. Komm, hau doch mal raus, Junge. Das macht mir Spaß. Ich bin auch froh, dass jemanden hier hat. Also das ist halt sehr vertraut für mich, so weißt du, wie ich meine. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mit deiner anderen Frau hier drin so wäre. Ich muss aber auch sagen, bei Barkin hätte ich gedacht, dass er da drin deutlich mehr machen würde, als er jetzt eigentlich gemacht hat. Also da bin ich sogar ein bisschen überrascht. Das Problem ist, ich habe Angst, dass ich es wieder verkacke. Was denkst du? Natürlich fühlt sich das gut an. So, ich würde lügen, wenn es jetzt nicht so wäre, sonst würde ich das ja jetzt auch nicht mit dir so machen. Ich gucke halt einfach, wie das so drauf ist, ob sich da irgendwie was geändert haben könnte oder halt eben nicht, ne? Tja, das ist natürlich die Frage. Also damals hatte sie ja gemeint oder am Anfang, ne, wo sie reinkam, dass sie bei Barkin dachte, dass sie ihn irgendwie ändern könnte. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann sagt ihr eigentlich genau das jetzt wieder. Zumindest hat sie die Hoffnung, es könnte alles anders sein auf einmal. Gucken, dass wir immer ehrlich zueinander hier drin sind und dann schauen von Tag zu Tag, wir schauen einfach. Und trotzdem muss man sagen, Barkin wirkt schon ziemlich ehrlich hier. Also er macht ihr jetzt nicht irgendwie voll die Hoffnungen oder, naja, versucht das jetzt so auf Krampf, sondern er wirkt schon ehrlich. Ich werde hier auch versuchen, keine falschen Hoffnungen zu machen, sondern dass wir einfach auch vor ein paar Schritte da rumgehen. Ja, genau das meine ich. Und dann kann man halt auch weiter schauen. Da bin ich mir auch unsicher, ob hier nochmal was draus wird oder nicht. Edda und Christian. Ich glaube, sie weiß es auch nicht. A few moments later. Da hat er es doch echt mal wieder geschafft, der gute Mann. Ist wieder jetzt hochgegangen. Aha. Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Also wirklich überhaupt nicht. Edda. Ich möchte wissen, was war. Ja, komm Christian, geh doch mal aus dem Weg hier, damit die in Ruhe reden können. Aber ich glaube, die sind alle genauso überrascht davon wie ich oder wie wir wahrscheinlich alle, denke ich mal. Also ich habe keinen Sex, aber so ein bisschen so Angelhaken, Twister und so. Ja. Auf Kacke einfach. Ich glaube, wenn der das so hört, dann fühlt er sich doch auch verarscht, oder? Der hört die nur, wie die so ein bisschen so tuscheln. Dann lachen die auf einmal alle. Da denkst du dir doch auch so, hä, was reden die denn jetzt? Es kam für mich komisch rüber. Sie kommt runter und sie wurde halt so ausgequetscht. Und sie haben dann gelacht. Ja. War das schön? Ja. Denn der Christian macht hier sogar nochmal das Bett schön. Danke, danke für seine Hilfe. Oh. Christian, du warst auf einmal weg. Du warst weg? Ja, weil ich das gemacht habe. Ach, egal. Ja? Hast du schon wieder schlechte Laune jetzt? Ja, schon. Oh mein Gott. Aber nicht deswegen. Irgendwas anderem eigentlich. Kein Bock dazu. Hat es mit mir jetzt zu tun. Ja. Dieser Switch einfach, wie schnell das ging. Man könnte auch sagen, so unerwartet schnell, wie die in den X on the Beach rumgegangen sind. So unerwartet schnell kippt auch die Stimmung. Aber ich sage euch, 100 pro, weil die da vorhin so getuschelt haben. Safe. Weiß nicht. Ist komisch, wenn man runter geht. So, dich belagern alle. Ich laufe weg. Ich höre alle lachen. So, keine Ahnung. Hä? Ja, ja. Ja, aber ist komisch. Ich habe nur gesagt, ich sage nichts. Sie sagen mir alle, habt ihr Twister 3000 gemacht. Was soll ich denn sagen? Nee, aber verstehst du? Wäre das andersherum, würdest du auch dich komisch fühlen müssen? Äh, ja. Aber du musst doch nicht direkt schon wieder schlecht bleiben. Habe ich doch nicht. Alles gut. Ja, gut. Also wirklich gute Laune strahlt er hier jetzt nicht aus. Oh no. Aber ich bin mir sicher, wenn er gewusst hätte, dass sie nur übers Twister 3000 gesprochen. Wenn er das gewusst hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich gar keinen Kopf gemacht deswegen. Aber ist doch klar, dass das komisch rüberkommt. Du bist gerade hier hingekommen und hast gesagt, du hast schlechte Laune. Ja, ein bisschen, aber nicht wegen dir. Hä? Ich dachte. Ja, gerade meint er noch wegen ihr. Männer. Frauen. Dann gucken wir doch mal, ob wir dem Christian hier ein bisschen die Laune versüßen können. Und zwar hat sich nämlich wieder das Tablet gemeldet. Also ich sag mal direkt meine Vermutung. Ich glaube, ich hab den Vorspann übrigens nicht angeschaut. Ich denke aber, heute könnte Abdo reinkommen. Psst. Psst. Die Sonne steht hoch. Ihr seid entspannt. Ich sag nur... Und Uso, wo bist du so? Ach so, da sitzt er ja. Der geht hier leicht unter im Muster von den Kissen. Demgleich geht's zum Strand. Wenn heute mein Ex kommt, dann gibt's auf jeden Fall auch sehr viel Beef und Drama. Jessie, Edda, Juliette, runter zu den Liegen. Ja, wie gesagt, da hat man schon erkannt, das müsste auf jeden Fall Abdo sein. Da haben wir ja auch schon krasse Sachen gehört. Also beklaut hat er Jessie wohl und so. Das kann, glaube ich, interessant werden. Gibt viel Klärungsbedarf. Wisst ihr, wer eigentlich auch gut reingepasst hätte? Ich finde, Philipp hätte hier gut reingepasst vom Heiratsmarkt. Das wäre... Also das wäre eigentlich geil gewesen. Weil das war ja auch so ein... Ja, schon so ein ziemliches Drama. Und das wäre irgendwie eigentlich geil gewesen hier für Ex on the Beach. Und dann auch am besten... Chey Chey hieß der, glaube ich. Der war ja auch schon mal bei einer anderen Staffel dabei. Der wäre auch ein guter Konkurrent, sagt man das so, für Barkin. Und so hätte man hier eigentlich noch mal gut was so in den Cast reinbringen können. Ich habe ihn ja das letzte Mal gesehen. Das ist ein halbes Jahr her, als ich ihn aus der Wohnung geschmissen habe. Oh, wow. Deswegen wäre ganz cringe, wenn er jetzt hier anläuft. Nicht geschrieben, nicht im Buch. Gar nichts. Krass. Ich bin Abdo, ich bin 24 Jahre alt. Bin nicht nur Tätowierer, ich bin auch der mieseste Stecher. Ja, das war ja wirklich eine mega Vorstellung, Abdo. Ey, richtig geil. So habe ich den aber von Temptation auch gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist ja so... Der war doch eigentlich eher ruhig, oder? Hätte ich gedacht. Es ist meiner. Jesse ist meine Jugendliebe. Ich habe sie damals im Kindergarten tatsächlich kennengelernt. Ich habe sie von der Schule immer nach Hause begleitet. Boah, krass, ne? Also, wenn man die Story jetzt auch hört, das wird auch gleich sehr emotional werden. Stimmt, ne? Jetzt erinnere ich mich wieder. Das haben wir bestimmt bei Temptation auch gehört. Ja, das ist schon eine krasse Story. Dann war sie vor acht Jahre lang in Köln. Ist sie wieder zurückgekommen und direkt am ersten Tag hat es gefunkt. Ja, am Arsch der Welt. Zieht man den größten Arsch der Welt. Bei Temptation 22 mit der Jesse. Und dann mit der Kim Virginia. Stimmt, ey, Freunde. Das ist so krass, ne? Das ist schon so lange her. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Da war ja Kim als Verführerin dabei. Ich habe mich über alles geliebt. Ich habe gedacht, wir heiraten echt tatsächlich irgendwann. Und dann hast du schon einfach ein Messer in meinen Rücken gesteckt. Hast Scheiße über mich bei meinen Freunden gelabert. Gott. Junge, ist es krass. Ich habe jetzt so überlegt. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der kommt auch mit so einer Intention, dass er die zurück will. Und so, ne? Geht jetzt auf die Schiene so. Ja, ich dachte, wir heiraten. Und so weiter. Oder. Also eher so auf diese Versuchen, das irgendwie gerade zu rücken und zu retten Schiene. Oder er nimmt Möglichkeit 2 die Vorwurfsschiene. Und ich glaube, für die hat er sich entschieden. Du hast mich von vorne bis hinten verarscht. Du hast mich angelogen. Du hast mich beklauft. Du hast mich betrogen. Beklaut? Beklaut? Solche Dinge vorgeworfen zu bekommen ist halt echt heavy. Ja, das ist wirklich hart. Ich meine, gut, wir müssen dazu sagen, von ihm haben wir ja noch nichts hören können. Also bin ich mal auf die Storys gespannt. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich dich angelogen. Aber warum? Weil du einfach ein kompletter Kontrollfreak bist. Weil du dich alle Freundin von mir angemacht hast. Ja, stimmt. Das haben wir auch schon gehört. Meine Lieber. Ja, wie fühlen sich hier eigentlich Edda und Juliette, frage ich mich, ne? Also, die fühlen sich völlig im falschen Film. Also wird es kein liebes Comeback mehr geben. Weißt du, was sie gemacht hat, als sie uns getrennt haben? Ja, willst du, dass ich alles trockne? Man weiß irgendwie nicht so ganz, was jetzt überhaupt das Problem war. Das ist so lächerlich. Du bist lächerlich. Oh mein Gott. 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 Immer wenn man nicht mehr weiter weiß, Freunde, dann kommt ja natürlich das Tablet um die Ecke. Und wie es auch schon zu erwarten war, gibt es ja ein Date für die beiden. Dann gucken wir mal, ob da nochmal die Sachen so ein bisschen mehr aufgeklärt werden. Aber wir haben so viel gehört, aber so richtig irgendwie blickt man doch nicht durch. Du hast mir meine Hände gebrochen. Irgendwie glaube ich, das ist noch nicht durch bei denen. Du hast mir tausend Stücke gerissen mit dem, was du abgezogen hast. Ich habe mich einfach nur angeschrien. Ich weiß immer noch nicht, warum die getrennt sind, aber nee. Naja, das ist das so, ne? Man blickt da irgendwie gar nicht durch. Warum soll ich mich bei dir entschuldigen? Warum wohl? Warum? Gibt es ja keine Gründe. Wenn du mich so fertig machst? Naja, das ist bei denen wirkt das, muss ich aber trotzdem sagen, eher so als gäbe es schon bei beiden Dinge, für die, die sich wahrscheinlich entschuldigen könnten. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt nur an ihm lag, aber natürlich auch nicht nur an ihr, sondern einfach an beiden. Nee, du warst im Urlaub und vor einem Tag, nachdem du gekommen bist, war es auch immer Beschluss. Ich habe Sachen erfahren von dir in diesen zwei Wochen, die du abgezogen hast. Ich. Du hast dich an eine Freundin von mir angeholt. Ich erzähl dir mal, was jetzt war an dem Tag, okay? Sie war mit uns draußen, sie hat gefragt, hey, wollen wir chillen? Und ich habe gesagt, ja, können wir gerne machen. Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen nach Heilbronn. Sind wir nach Heilbronn gefahren? Sind wir eine Runde gelaufen? Und während wir diese Runde gelaufen sind, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, oh, ich bin so unzufrieden, dass ich nie einen abbekomme. Ich habe zu ihr gesagt, ist doch gut, wenn deine Frau was dran hat. Sie rennt zu dir und meint dann, ich hätte gesagt, die hat geile Kurven? Ja, das sind halt so Storys. Also, das ist schon, das ist schon sehr schwierig. Da denke ich mir irgendwie so, ob man sich da auf so einen Spaziergang mit der Freundin, der Freundin überhaupt einlassen sollte, würde ich jetzt mal eher verneinen. Schwierig, weil man nicht dabei war, aber das klingt von ihm, fände ich jetzt gar nicht unglaubwürdig. Selbst der Appetit ist mir vergangen. Ich habe schon die ganze Zeit keinen Appetit, als er ihn sich gesehen hat. Ja, ja. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen wieder überrascht, dass es so gut läuft. Ja, wir auch. Die können mir erzählen, was sie wollen, das sind definitiv viel links dabei. Das Problem ist, ich bin shit so, Mann. Ich bin shit so, Bruder. Bro, aber bei mir ist es extrem. Also, ich habe ihr schon genug angetan und sie hat hier nochmal bewiesen, dass sie halt trotzdem sehr loyal zu mir ist. Will mir noch ein Gehör hier rein, Alter, und dann stellen sie auf den Kopf. Was? Ja, dann mach doch hier mal, hier sind doch Frauen. Ja, eine, die mir gefällt. Was, Bruder? Was, Bruder? Wie random war denn das bitte? Ey, ich will niemals was mit Donnell anfangen. Was, niemals? So übertreibst du so? Nein, fällt mir einfach nicht. Was ist das denn für eine Aussage? Emotional war ich eh nicht dabei. Ja, aber ich. Bei denen habe ich so das Gefühl, die haben auch gar keine Basis, auf der die irgendwie sprechen können. Boah, den kratzt das ja gar nicht. Das ist so ekelhaft. Komm, wir gehen rüber. Jetzt haben die schon gar keinen Bock mehr auf den und setzen sich weg. Wundert euch nicht, das war heute ein sehr unerwartetes Ende. Also, so irgendwie gefühlt sind wir mittendrin. So richtig blickt man trotzdem nicht durch, auch vor allem bei Chessie und Abdo nicht. Aber nächste Woche geht es bestimmt weiter damit. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Bis dahin und ciao. Ciao.